Black Friday by Olight. Das bedeutet neue Taschenlampen, neue Farben und limitierte Editionen mit großen Rabatten von bis zu 50%. Und es bedeutet Gewinnspiele und deshalb verlosen wir in diesem Video eine Beton 3 Spring bzw. Frühling mit Ladecase, die taktische Warrior 3, das Beagle Taschenmesser und die kleine i1r 2 Pro für den Schlüsselbund. Obendrauf gibt es unseren niedlichen O-Buddy, in dem du eine Lampe aus der Oberhalbfamilie aufbewahren und aufladen kannst. Hier im Video siehst du nur eine kleine Auswahl aus den Modellen des Sales, der vom 24. bis zum 29. November auf olightstore.de stattfindet. Dort findest du alle Informationen zum Sale und den Modellen und es warten jede Menge Aktionen auf dich. Unter anderem einmalig eine gratis i1r 2 Pro beim Bestellen und unser Glücksrad mit vielen tollen Preisen. Schau dich um, besorg dir eine Taschenlampe von Olight und beleuchte deine Welt. Untertitelung des ZDF, 2020